My friends und herzlich Willkommen zu diesem Video. Fragt euch vielleicht, warum ihr meinen Schulranchen seht. Das ist mein Schulrucksack und ich zeige euch heute What's my school bag. Also so Back to School mäßig. Ich möchte nämlich eine Back to School Woche machen. Das ist das erste Video. Wahrscheinlich kommt es Montag, weil dann kommen so richtig viele Videos. Und das ist der erste Teil, das erste Video. Und da sind einfach so Sachen drin, die ich einfach da reingelegt habe. Fürs nächste Schuljahr. Also ich wollte gerade sagen, in welche Klasse ich komme. Aber es kennt ja noch nicht mehr mein Alter. Ich werde es wahrscheinlich bald sagen. Aber ich weiß es noch nicht. Ich möchte nicht so viel haben. Ähm, private Sachen aus meinem Leben so veröffentlichen. Aber gut, wir fangen gleich mal an. Bitte fall einfach nicht um, Henry. Wissen wir anstrengend, dass wir das so hinzustellen? Gut, hello. Ähm, wir fangen gleich mal an mit... Ah, nein, ups. Mit einem... Ach wisst ihr, wir machen es anders. So, gemütlicher. Mit einem Stift, mit so einem Stift fürs Handy. Das war im Schulanzen, glaube ich, mit dabei. Ich weiß es nicht mehr richtig. Ja, das ist das erste. Das hatte ich hier drinnen. Und das nächste, was ich sehe, ist Draht. Ich weiß nicht, wofür das gut ist, aber man kann doch immer Draht gebrochen wollen. Wunderbar. Draht ist immer gut. Gut, ich räume das später alles wieder ein. Das nächste ist Klebeband, weil jeder zweiter aus meiner Klasse Klebeband braucht. Hallo? Hallo? Hier, Klebeband, okay. Das nächste ist... Ja gut, äh, so ein Abschminktuch. Ich schmink mich nicht. Aber keine Ahnung, vielleicht will es mal heißen, dann mache ich es kalt und nass und dann kann ich es... benutzen zum... I don't know, ich weiß nicht, wofür ich es brauche. Eine Schere. Ich seh das alles gar nicht richtig mehr. Oh Gott. Hallo? Hallo? Okay. Eine Schere. Da unten ist noch irgendwas? Ah, okay. Das fickt sie uns. Okay. Huh, ist scharf. Ich glaube, das war es noch nicht richtig. Ne, da ist noch irgendwas unten. Oh Gott. Oh Gott. Okay. Ähm... Ein... Lappen. Oh, also so ein bieflige Teil. Warte. Schon mal was scharf beim Shuffling? Dankeschön. Genau. Das war es jetzt, ich glaube, noch nicht. Das ja hier. Doppelseitiges Klebeband, man weiß ja nie. So. Ähm... Ne, hier ist nichts mehr drin. Vielleicht auch. War das drin? Ich sehe gerade gar nichts. Ne, hier ist auch nichts mehr drin. Okay. Dann geht es weiter mit diesem Fach. Da ist, glaube ich, fast gar nichts drin. Aber... Gut. Da ist nichts drin. Ne. Da ist nichts drin. Okay. Dann legen wir das Teil mal so hin, sage ich mal. Und jetzt kommt ein What's in my... Nein! Ich wusste es nicht. Hm. Das gleiche. Ignoriert einfach das Teil da unten. Okay. So ist es gemütlicher. Ähm... Jetzt kommt ein What's in my... Post... 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 Was? What's in my... Ähm... Federmäppchen. Perfektes Englisch. Ähm... Und wir fangen gleich mal an. Ich habe euch ja schon mal so... Das erste Back to School Video. Das... Weiß ich nicht. Vor zwei Wochen oder so kam. Ähm... Da habe ich euch ja schon so ein bisschen was gezeigt. Die Back to School Videos werden nämlich auch übrigens... Also habe ich euch ja schon gezeigt, was da rein soll. Aber ich habe ein bisschen wieder was rausgetan. Das war ein bisschen viel. Das ist dann einfach immer im Rucksack verteilt. Das werdet ihr dann später sehen. Das sehe ich gar nicht mehr. Ähm... Und... Ja. Genau. Wir fangen an mit Buntstiften. Ich wollte auch irgendwas anderes sagen, aber ich weiß es nicht mehr. Einmal Rot, Silber, wofür auch immer das Silber. Lila, Blau, Hellgrün, Grün, Dunkelblau, Orange, Dunkelgrün, Braun und Grau. Ich habe keine Ahnung, wofür ich die ganzen Stifte brauche. Na gut. Dann geht es weiter mit drei Markern. Weil... Wenn ich zu viele mitnehmen würde, würde ich sagen. Anstrengend. Rot, Orange und Blau. Oder Türkis. Genau. Und... Mein Füller, das ist... Also... Das ist nicht meiner. Also das ist halt so ein... Hübscher. Ich glaube, der gefällt mir sogar mehr. Aber das ist halt nicht meiner. Also das ist schon meiner. Das ist nicht der, den ich immer benutze. Also... So ein dunkelblauer schon relativ abgenutzter Tinten. Oder... Ja. Na gut. Vier Bleistifte. Ich frage mich nicht, wofür ich vier Bleistifte brauche, aber... Gut. Ein Radiergummi und Tintenkiller habe ich irgendwo anders. Okay. Und hier ist nix drin noch. Das ist meine Federmappe. Aber das wäre ja langweilig, deswegen habe ich da wahrscheinlich noch mehr. Ja. Ein Buch. Fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind. Ja. Ganz tolles Buch. Fühlt mir richtig gut. Von J.K. Rowling. Äh... Äh... Tut mir leid. Von Newt Scamander. Ähm... Ja. Das ist dieses Buch. Kann ich noch irgendwas von diesem Buch erzählen? Also... Das ist eigentlich... Mir gefällt das Buch sehr gut. Ich glaube, ich habe es schon mal gelesen. Aber... Ja. Newt Scamander... Blablabla... Okay. Ne. Hier gibt es nichts mehr interessantes. Dann geht es weiter. Ich meine, lesen kann man immer. Wir haben ja auch keine Bibliothek. Aber in der Bibliothek gibt es halt nichts. Wirklich nichts. Also... Es gibt... Unglaublich. Es gibt... Nur Harry Potter Bücher. Aber nicht sowas wie... Fantastische Tierwesen. Und wo sie zu finden sind. Äh... Kreatische Wandel der Zeit. Äh... Oder sowas halt. Gibt es halt nicht. Ähm... Es gibt... Es ist ja auch nicht schlimm. So ne. Man kann ja eine Jahre so... Ähm... Also es gibt ganz viel nicht. Es gibt auch dieses... Fliegende Klassenzimmer. Wollte ich mir ausladen. Weil ich das gerne mal lesen wollte. Wir hatten es nämlich in einem Fach. Darüber haben wir geredet. Das wollte ich mir mal ausladen und schauen, wie es ist. Aber die haben das einfach nicht. Okay. Gut. Weiter geht's mit einem Deo. Ne, ne, ne. Oh, es riecht so gut. Pfff. Oh ne, hör auf, ey. Hör auf. Okay, hör auf. Hör auf. Oh Gott. Aber es riecht so gut. Aber es... Es macht mir halt Kopfschmerzen. Wenn das hier so überall ist. Ah ja. Zwei Sachen. Einmal ein Handspitzer. Und einmal eine Haarbürste. Apropos Haarbürste. Ich habe hier einfach eine Haarbürste liegen. Und einen Tennisball. Let's go. Schaut mal, ich zeig's euch. Haarbürste und Tennisball. Und damit kann man auch richtig gut an die Wand hauen. Das habt ihr, glaube ich, gar nicht gesehen. Aber der Tennisball ist sehr weit nach hinten geschluggen. Ups. Das nächste, was ich drin habe, zeige ich euch jetzt mal gleich. Let's go. Ist das eine Kette von Luna Lovegood? Die ist ziemlich hübsch. Ihre Brille. Ja, finde ich ziemlich hübsch. Genau, weiter geht's. Mit Post-its kann man immer gebrauchen. Und ich glaube, das war's. Wir können den ja mal ausschütteln. Warte kurz. Oh. Das war's doch noch nicht. Wir haben einmal. Mauern. Hashtag keine Werbung. Und Kaugummis. Okay, jetzt war's. Das glaube ich aber. Ich nehme mir ein Kaugummi raus. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Wahrscheinlich bis morgen. Also bis Dienstag. Und ich versuche jetzt das nächste Video. Und für die Backloss-Cool-Woche zu drehen. Und ich würde sagen, tschüss Leute.